Tja, weiter. Da hast du dich jetzt festgefahren gehabt mit deinem Pferd. Also ein gelber Panzer in so einer dunklen Umgebung macht auf jeden Fall Sinn. Einsatzziel Cäsar verloren. Ah, quasi. Nein. Gehen wir jetzt auf C oder was? Das ist jetzt quasi der klassische Battlefield-Modus. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Ach so, was ist das? Erste Hilfe! Hilfe! Was ist das? Hä? Was hat mich hier getroffen? Okay, wollen wir jetzt irgendwo anders hin? Wir haben Einsatzziel Cäsar eroratet. Ja. 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 Wie steht's denn eigentlich um Heroes and Generals? Da irgendwas passiert? Ich hab's ja nicht wieder geschickt. Ich glaub, da sind die Server doch jetzt down. Ja, noch nicht wieder hochgefahren oder was? Ich weiß nicht, die haben doch aufgehört. Ja, die haben doch jetzt hier nicht erreicht. Ach so. Der Ball hat irgendwas in die Gräben. Ja. Schon gut, naja viel. Okay, hier ist leer. Wie sind wir denn hier? Da haben Einsatzziel David verloren. Gut, dass wir hier diesen Dings vorhauen. Da kommt ein Reiter irgendwo. Er schreit in hier so. Was ist mit uns? Er ist ein feindlicher Reiter irgendwie. Jetzt weiter zu B oder was? Oder die? Die Kümmern sich irgendwie nicht um ihre Punkte, hab ich so'n Eindruck da drüben. Normalerweise nehmen sie immer F und C und E erst wieder ein, aber... Bist du hier einfach grad rausgeklettert? Okay. Kannst du ja. Da schießt irgendwas auf dich. Damit kommst du auf die Beine. Gesundheit übrigens. Danke. Ist denn hier der Feind, Alter? Ich renne hier von Punkt zu Punkt. Wir nehmen ja alles ein. Und die Gegner ziehen uns... Äh... Die Punkte, die dann sogar weg. Versteht sich. Geht ihr mal hier ein? Wir haben einsatzziel Cäsar verloren. Ich überlebe mal wieder so'ne frennende Leiche. Ich hab'n Feind gefunden. Aha. Ich merke's hier fliegt. Ich hab'n. Danke. Wir haben einsatzziel Cäsar verloren. Der war hier links, oder? Oh, da ist ein Beiner. Ah, der ist aber wirklich dort. Ich glaube, da muss man auch erstmal reinkommen, wenn das können sie... Aber es läuft halt viel performanter als H&L. Ja. Na ja, gut, das ist... Battlefield hat ja mittlerweile jeden Anflug von Hardcore-Gameplay da so verloren. Das ist ja nur noch Call of Duty-eskes rumgerenne und Schnellfeuerwaffen und alles wirklich. Das ist ja nicht mehr wie die alten Teile. Äh, äh... Haben wir einen Kompass oder so, wo ich dir sagen könnte, wo Feinde rumrennen? Äh... Ich ping hier oben. Da sind fiese Feinde. Da ist schon hier oben. Da ist schon hier oben. Da ist man da. Ich ping hier oben. Ich ping hier mit der Dings. Ich ping hier mit der Dings. Aufpassen! Aufpassen! In dem einen Bunker da. Ich weiss nicht. Da sitzt einer im Fenster. Und zwei Mann, glaub ich. Du wirst mich verarschen, Alter. So, da hat mich einer mit einem scheiß Teleskopung geschickt. Ich wollte schon sagen, wo kriegst du denn den nicht? Ah, jetzt hätte ich dich aufgeben können. Ach so, du warst da hinten. War hinter dir. Hab ich gemerkt, dass du aufs daneben bist. Läuft er nicht irgendwo hier oben liegen. Mg. Richtung E. Ja, in dem Bunker war vorhin eins. Oh, jetzt kannst du mich aufheben. Du fliegt nur hier rum. Der kam gerade hier hochgeklettert. Hat aber die Abschriktion abgebrochen. Warte mal, ich mach mal eine Box hier. Kannst du irgendwas kriegen? Von links war gerade Bewegung. Hier? Ja, in der Richtung, dachte ich hier. Lass mal hin doch. Äh, die spawnen hier bei E. Da ist leer. Wir haben das Einsatzziel, Albert verloren. Oh yes. Von uns, da kommt einer. Da ist noch ein Pferd, das ist von uns. Boris. Bis vorne liegt einer in dem Graben als SG-Schütze. Oh, was auch. Ich würde krass. Du kannst das Gewährmeister, das kannst du auch in Vollautomatik schießen, gell? Versorg deine Wunden! Wie das? Äh, Waffenumschalter, das musst du nachvollziehen. Ja. Habts gesehen. So. Das war echt. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Jetzt hatten die nicht vorhin 187 Dickels. Naja, das geht nach oben. Das läuft nach oben. Oh. Zählt von 0 hoch auf 1000, glaub ich. Wer jetzt erst 1000 hat, hat gewonnen, oder was? Ja. Ja. Das ist halt so immer, wer die meisten Punkte hält und die meisten Kills macht. Also eigentlich immer, wer die meisten Punkte hält. Mhm. Der kriegt's. Da zählt's ja dann immer schneller hoch. Ja. So, wo gehen wir als nächstes hin? Ja, vielleicht die nächsten hier. Alter ist der. Der kann hier eine Wand hoch springen, die zweieinhalb Meter hoch ist. Aber er kriegt's nicht hin, da über so einen Graben drüber zu hüppen, oder was? Nee, 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 nee. Robert, das ist ein Dice-Spieler, was hier ja nicht so viel ist. Oh, wir halten gerade weniger als die, ne? Ah. Nicht gut. Lass uns, müssen wir uns nicht vielleicht mal ein bisschen aufteilen? Wir sind ja ein riesen Pulk, der immer zusammen rumrennt. Der Pulk gibt halt immer ein bisschen Sicherheit. Wir kommen gleich weiter zu A. Schießt du irgendwie nicht hin? Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Verteidigen macht gar keiner, oder? Nee. Es bringt da nix auf solchen Maps hier. Ja, schießt es von rechts oben. Ja, der nimmt da bis auf G08. Da ist noch einer im Graben. Warte, 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 wo bist du? Ja, den anderen. Also der Gegner ist auch tot. Danke. Ich weiß gar nicht, haben wir nen Kompass? Richtung Westen. Ja. War das hier. Ja, der Minimap sieht man so nicht. Kannst du auch größer machen, die Minimap. Da ist wieder der SMG08-Typ. Damit kommst du auf die Beine. Das ist auch eine scheiß LP, Alter. Wenn ihr die freigestellt habt, die hab ich auch noch nicht. Aber das ist eigentlich ein Mini-LMG. Boah. Was ist denn das für ein Kampf in dem Graben, Alter? Jetzt habt ihr euch aber gefunden. Dort hab ich hier eindrückt. Oh. Sag mal nicht unter Beschuss. Ah, er ist von der F ohne A, kommst du. Hier, die nehmen C ein. Wollen wir halten? Ich bin grad an C. Ja. Dann geh ich noch da links zu. Hier hinten ist er. Ein Hand. Ist der SMG08-Typ? Das ist von hier. Alter, dieses Nachladen bei dieser scheiß Knarre. Du musst die Feodoro freischalten. Wir haben Einsatzziel friedlich verloren. Wichtigste Waffe beim Sunny. Alter, schau. Ich bin direkt reingelaufen. Sie kommt hier auf die Ecke, Alter. Ich hab solche Schiss gehabt. Alter, er hebt uns beide wieder auf hier. T ist übrigens Gas nachs Gesicht gerade. Ja. Bei mir nicht. Bei mir ist das M. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Lass mal F machen, oder? Ja. Halt mal hier die Achse. A, C, F. Ich glaub so ein bisschen verteidigen muss irgendwer. Sonst. Wenn man sich die ganze Zeit nur hinterher rennen. Musst du eigentlich nicht. Das ist ein ständiges Kreisgerenner. Über die Punkte, genau. Vielen Dank für deinen Follow. Oh, 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 oh. Fuck. Eben, das ist ein Blick auf die Seite. Das hat sich hier gelegt. Warte, warte, warte. Danke. Den ist gerade hier hochgerannt auf den Hügel. Ja, ist weg. Oh, und die da. Ein bisschen sehr weit außerhalb. Warte mal ganz kurz. Jetzt. Was war das denn, bitte? ich möchte dich mal hier ist 50 50 auf deiner seite recht alleine woran siehst du das ist kein balken unten drüber mit dem mit dem rot-blau da ist ein halb oder so viertelbalken drinnen wenn ihr feinde sind wie bei hrmg ich habe irgendeinen flammenwerfer diese das beste ist der reiter mit dem gaul über sachen springen das muss der manchmal angucken das sieht aus wie fliegen ach jetzt weiß ich was das ist ja wird ich habe gerade im stream ein alert bekommen weil mich jemand auf youtube abonniert hat ja alles deswegen war ich gerade so ein bisschen verwirrt weil ich nichts im chat gesehen habe hier ja ich weiß nicht wo das gerade ist aber normalerweise muss das kuh oder ich sein da ist einer pass auf der ist ein grabenläufer ist ein starker nahkämpfer das ist zweimal nachladen das macht mich wahnsinnig du musst die warte leer schießen dann wird ja nicht zweimal zwei knips bleiben ja 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 aber das meine ich halt dieses zweimal warum kann ich nicht einen ladestreifen haben ja oder ist das zwei zahlen zu nehmen ja die war so die waffe war wirklich so die zwei clips die hier die 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 britenwaffe auch hier die die entführt ja schießt irgendwas rein aus richtung im norden ja die wir haben hier so viele sondes die sind die kannst ja fast nicht drauf geht man richtung norden gucken ne richtung norden ist die wegzahlen kann das sein oder das ist ne ich weiß nicht Da wo ich jetzt gerade hinrehe, das... Mach mal nen Pump dann. Hier, B. Links ist Bewegung. Ich hab hier nen feindlichen Stahl! Ein Sniper da. Also es ist tatsächlich Q. Ja, irgend so was war's. Oh, hier ist Gas. Ha! Steht hier... Steht hier noch ein einsames Speer. Den hab ich. Den hab ich auch. Oh! Ich helf dir! Siebenhundertfünfzig. Ach so. Aber... Ich dachte gerade der Balkenberg voll. Ne, ne. Es gibt bis tausend. Das ist gut. Wir haben Einsatzziel Friedrich. Hallo! Beste noch die Panzer hier. Die kommen de facto über alle Gräben drüber, gell? Ne. Das kannst du halt nicht mit Highlight vergleichen. Da... Kommen nur die LKWs über die Gräben drüber. Die Panzer... Wer schreit denn hier so laut? Das ist wirklich ein Sturmangriff machen. Hier, pass mal auf. Mach das auch. Da hinten ist einer. Ja, der ist aber so weit weg. So. Alter. Ja. Oh ja, der geht hier rein. Wollen wir ihn holen? Ja. Das sind zwei. War noch einer weiter links. Ja, bei der links war auch noch ein Sunny. Der ist auf B gelaufen. Können wir eigentlich nicht mal B. Ist der? Kommt gelaufen? Rechte Seite. Ja, ich bin runtergefallen. Im Graben. Warte. Das war vielleicht gar nicht so schlimm. Ist der im Graben? Ja, der müsste ja irgendwo sein. Da oben ist gerade einer nach B reingelaufen. Oh! Sniper. Bleib im Graben. Da oben ist noch markiert. Ich geh jetzt mal nach B rein. Da kommt dann ein Graben runter. Der ist jetzt Sniper. Von B aus kam, glaube ich, gerade einer gelaufen. Meine ich. Da bewegen wir so zu halten. Fick dich, Alter. Der ist schon wieder mit seinem Scheiß SMG08, dieser Assi. Was hätte der denn gemacht? Der hat jetzt gerade vor sich den Boden geballert. Oh, da kommt ein Sanitäter zu mir gedauern. Wir müssen auf B. Oh, 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 oh. Ich kann mit dem, hä, kann ich mit der, hab ich die Maske auf, hab ich nicht anvisieren? Ne. Das geht nicht. Meinst du nur auf Feuer? Jetzt sehe ich's oben in diesem Halbkreis da, was du meinst. schießt aber einfach nicht ist das denn hier ist ein bisschen bin ich mich bist du gerade aufgegeben Wir müssen jetzt mal hier aus dem Graben raus, wir haben hinten einen Artillerie-Truck gestellt Das dauert halt einfach 100 Jahre, bis dieses scheiß Gewehr nachgeladen ist Ja, du musst die 10 Schuss und dann hast du meistens ein Problem, das stimmt, ja Ja, aber mit 10 Schuss ist ja auch keiner tot Naja, bei dem brauchst du 3 Schuss Das ist eine 3 Schuss Waffe, aber ich weiß nicht mehr Ich hab aber bei denen halt immer gespielt Sag mal, kann ich mir denn jetzt schon eine andere Waffe kaufen? Du hast gesagt, ich kann mir irgendwas Genau, du gehst auf Anpassen, Primärwaffe Ja, und oben rechts ist der Bildschirm, wie viele Kriegsanleihen du schon hast Du müsst eigentlich schon was haben 180 habe ich, aber die kosten 200 die Waffen Ja, und ich weiß nicht, ob die Avtomat bis unten Feodorow, Graben und Visier Die Visier musst du freispielen und die Graben, die müsstest du eigentlich kaufen können, soweit ich weiß Was, was, was? Die Avtomat bis unten Das ist von unten die, was hay'n wir mal, da seh, 4 5 Ach da, da, ja, ich seh sie Ja, Graben und die Graben kannst du hier glaube ich, weiß nicht, ob die dir kaufen kannst Und egal was, aber die Graben ist auf jeden Fall schon mal Ich muss irgendwas abschließen hier Äh, er ziehe du 40 Kills mit dem Äh, Zie-I-Rigotti-Graben Ja, dann musst du Dir von der Waffe, die du jetzt hast, äh, die Graben-Variante kaufen, 10 Kills machen und dann Die kann ich aber noch nicht kaufen, weil da hier steht irgendwie ein Plus. Was auch immer das heißt. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Kann ich bei dir spawnen? Falsche Waffe. Ich sehe gerade, ich habe noch eine Pistole. Warst du jetzt bei E? Ja, ja. Ich mache mal mit dazu, die sind direkt vor uns hier drin. Da hinten laufen Sachen. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. So, F. Wir könnten zur F. Oder wir könnten... Schau, schau, schau. Hab ich. Jetzt noch ein Sniper, komm rein in den Graben. Wo gehen wir denn hin? Geh mal mit zur C hier. Hier vorne ist auch schon wieder Action vor dem Graben. Bei F ist auch Action, der muss ein... Nee, das ist eine Gaubert. Ich gucke, ich kann ja hier jetzt so aufladen und dann schreit und dann renne ich so übelst vorwärts. Und dann muss ich erst mal mich wiederholen, 100 Jahre lang. Damit kannst du halt dann, mit dem, wenn der so Bayonet aufgepflanzt hat, die Leute weg... Weg. Alter. Da war eine halbe Stunde gebraucht, um den Zug zu drücken. Da rechts ist ein M.G. Ja, auf dem M.G. gestorßen. Glaube ich tot. Oh, bis hinten ist ein Sniper. Wir haben Einsatzziel. Ja, safe. Jetzt schauen. Naja, mehr Druck machen. Wir sind doch safe. Guck mal, der ist. Wir sind halt in diesem Scheiß. Wir nehmen immer noch einen DC. Das ist immer nicht. Das ist ein fieser Feinter. Den hab ich. Da oben ist einer. Oh, der ist weitgeguckt, der den grisst. Ich hab ihn zweimal getroffen, glaube ich. Auf. Weg. Uh, Pezzendale oder Albion. Albion ist auch ne geile Karte. Das spielt dann nicht Fable in Albion. Kann schon sein. Das Problem ist, Pezzendale ist wieder sowas ähnliches wie das hier. Mir ist egal, wovor hast du denn abgestimmt jetzt? Äh, Pezzendale. Ich hab mich mal der Mehrheitsmeinung gefügt. Gefügt, genau. Ah. Du musst doch mal gucken, ob dir die, ähm, die, im Visier die Geschwindigkeit, dass du das mal ein bisschen anpasst. Mausgeschwindigkeit allgemein und, ähm, das Zielen im Visier, das kannst du auch extra nochmal anpassen. Ich find's aktuell eigentlich okay. Wenn dir das zu langsam ist oder so. Ne, das geht eigentlich. Ist schon angenehm. Jochen Graf.